Gehirnkontrolle Das Gefängnis für den Verstand Drogen- und Kriegsführung Methamphetamin-Soldaten gegen Adrenochrom-Elite 2023 Der Vertrag ist erfüllt Ein Gefängnis für den Verstand, das unser Höheres selbst daran hinderte, zu uns zurückzukehren Verstandeskontrolle, Methamphetamin vs. Adrenochrom Verstandeskontrolle, Kinderkrieg und Amphetamin Gehirnkontrolle Das Gefängnis für den Verstand Methamphetamin vs. Adrenochrom Von High-and-Kriegsführung bis zum höheren Bewusstsein für Satanisten Adolf Hitler der Junkie Viele Drogen wurden eingesetzt, um den Krieg anzutreiben, Supersoldaten zu schaffen und die Soldaten zu belohnen und sie so zum Handeln ohne zu denken zu erziehen Amphetamin und Methamphetamin wurden hauptsächlich verwendet von Deutschland, Japan, USA, Russland, England Bei Adolf war es anders, da gibt es die Geschichte des Heroins, der Droge, die ihn einerseits von seinen Depressionen beruhigen sollte, während sie ihn, wie der Name schon sagt, heldenhaft fühlen lassen sollte Du brauchst diese Droge nie zu probieren, aber sie ist eine sehr starke Droge, die eine sehr starke Abhängigkeit erzeugt, auch wenn Adolf reine Droge hatte Die Wissenschaftler hatten dann ein Schmerzmittel für Adolf erfunden, weil das Heroin nicht mehr so gut zu wirken schien Sie entwarfen eine neue Droge, die stärker war als Heroin, sonst konnte sie die Schmerzen nicht abtöten Methadon ist der Name Trotzdem wurde er immer schizophrener, was es den Herführern nicht leicht machte, mit dem kranken Adolf umzugehen Luciferer, Satanisten, Adolf, die Nazis, Pädophile und Adrenochrom Nun haben wir Adolf, der immer Schizophrener wurde, wo am Ende nicht einmal Methadon helfen würde, das eigentlich viel stärker und länger als Heroin ist War es wirklich Heroin, als um 1952 eine Massenstudie initiiert wurde, um das Adrenochrom als Medikament gegen Schizophrenie zu untersuchen, da es eine Art Adrenalinhormon ist, das schon vorher bekannt war? Raten Sie mal, was, ja, Sie hatten das Adrenochrom schon einige Zeit vor dem Krieg, und wie wir alle wissen, ist die Tatsache, dass Drogen als Waffe verwendet werden, oder die menschliche Verbesserung, die die gleiche ist Erinnern Sie sich an die Kamikaze-Piloten aus Japan, die waren alle auf Methamphetamin, in einer so hohen Dosis, dass sie buchstäblich fliegen konnten Adrenochrom-OK, ups Die Nazis kannten und testeten alle möglichen Drogen, um Intelligenz zu finden und im höheren Bewusstsein zu bleiben Für die Masse benutzten sie Methamphetamin Es gibt Bücher darüber Dann, nachdem die Nazis abgingen, mussten die Deutschen den Wiederaufbau Europas finanzieren, durch Sanktionen und wurden wieder das Industriewunder Europas, wieder einmal Sie hatten immer noch kluge Leute und Ingenieure, die weltweit führende Technologien entwickelten, und die Deutschen waren extrem motiviert zu arbeiten und stolz auf ihre Produkte Nun, man wird feststellen, dass die Ärzte nach dem Krieg Amphetamin verschrieben, als wäre es ein Bonbon Amphetamin war nicht wirklich illegal, wenn es von den Ärzten als Muntermacher verschrieben wurde, noch war es den Leuten bekannt Gehirnkontrolle Das Gefängnis für den Verstand Psychologische Kriegsführung und Drogen auf Amphetaminbasis heute Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung, ADHS, bei Kindern Amphetaminbasierte Drogenliste Aber bitte nicht vergessen, die Neuroleptika und die Antidepressiva, neben den Benzodiazepin-basierten Tranquilizern Der heutige Einsatz von Medikamenten zur Bewusstseinskontrolle, angewandt auf Kinder Die am häufigsten für ADHS verwendeten Medikamente sind Stimulantien Diese Medikamente erhöhen die Menge von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn Sie werden auch als Stimulantien des zentralen Nervensystems, ZNS, bezeichnet Diese Medikamente werden ohne die Zustimmung der Kinder verabreicht, nur weil die Eltern und oder Lehrer glauben, dass dies die Kinder zum Schweigen bringen wird Beeindruckend und machtvoll ist die Tatsache, dass, wenn die Lehrer die Entscheidung treffen, die meisten Eltern dem Rat folgen, da die Ärzte mit der Verwendung dieser Medikamente völlig einverstanden sind Amphetamin-Sulfat Dyanavil-XR Ewe-Kio Dextroamphetamin Dexedrinspanzolle Dextroamphetamin und Amphetamin Adaal-XR Mydaiis Dexmedhyphenidat Fokalin-XR Listexamphetamin Vyvanse Methylphenidat Abtensio-XR Concerta Cotempla-XR-O-DT Deitrana Metadate-CD Metadate-R Methylin-R Ritalin-La Ritalin-SR Quillivant-XR Quillichef-R Serdex-Methylphenidat und Dex-Methylphenidat Aztaris Annih-Methys Dyrann-SSR-C Dez-Methylphenidat Dez-Methy-Methy-Methylphenidat